Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier heute mal vor der Kamera und zwar will ich heute mal ein Quiz machen und ihr könnt rausfinden, ob ihr auch wirkliche Mario-Fans seid. Also Mario Odyssey. Es gibt ein Quiz, das wurde mir geschickt und ich mach auf meinem anderen Kanal auch ab und zu Quizes. Da hab ich mir gedacht, komm, mach ich hier auch mal ein Quiz, Leute. Ich bin nicht allein. Ihr seht schon hier meinen Hund, aber den hab ich hier, weil ich, äh, weil die sonst rumbellt hier. Deswegen hab ich hier auch meinen Schoß, das soll euch aber nicht stören. Wir gehen gleich rein ins Quiz und ihr macht einfach mit, ratet mit und am Ende schreibt in die Kommentare, wie ihr bei dem Quiz ungefähr so abgeschnitten habt, Leute. Schreibt's einfach dann in die, äh, in die, in die Kommentare rein. Ich würd sagen, ähm, wir fangen einfach an, wir gehen ins Quiz und ich wünsch euch viel Spaß. So, Super Mario Odyssey Quiz heißt es und es ist vom, äh, ersteller Stadtbauer. Was ist los hier, hä? Ich würd sagen, wir fangen einfach an. Das ist ein Mario Odyssey Quiz und, ähm, es soll wohl ein bisschen schwer sein. So, welche Farbe haben die Monde in dem, ah, im Küstenland? Da, würd ich sagen, hellblau. Ihr könnt ja mal gleich, ähm, ja, schreibt einfach rein, wie ihr das, Leute. Ich weiß, ich hab's jetzt auch eine kleine Zeit nicht mehr gespielt, Mario Odyssey. Okay. Welche Form haben die Lila Münzen aus dem Wüstenland? Das sind die Pyramiden, die umgedrehten Pyramiden. Steht das da irgendwo? Sand für Mac? Nein. So, wo gibt es die Lila Münzen? Die, die, ach, diese Lila Münzen, diese mit dem Blatt. Die, ah, wollte ich, ich wollte erst Forstland jetzt sagen, aber da sind es ja diese komischen Zahnräder. Deswegen ist es, äh, verlorenes Land, weiß ich nämlich. Also dort, wo die Säure ist und so. Wisst ihr Bescheid? So, welches Outfit kann man im Seeland kaufen? Boah, Leute, das Seaside Kingdom. Also Badeoutfit, Wasseroutfit, ja, Schwimmeroutfit, würd ich schon sagen. Wo trifft man Cappy? Das ist im Hutland, ganz am Anfang, das weiß jeder. Ähm, warum greift einen Faustezuma? Das ist der Boss aus dem Sand Kingdom, also diese komische, ja, diese, diese, äh, diese Faust da an. Weil er denkt, dass man den Ring der Einheit gestohlen hat. Dieser Ring, den letztendlich, äh, wo Peach letztendlich drin landet. Leute, das ist so geil. Ähm, wie viele Power-Monde gibt es insgesamt? Ja, das ist, äh, eigentlich ist alles falsch, weil es gibt ja eigentlich noch mehr als die 999, aber die werden ja nur angezeigt oben in der Odyssey. Ich würd aber sagen, ja, 999, das ist die maximale Anzahl, die man dort sehen kann in der Odyssey, das würd ich das auch sagen. Ähm, eigentlich gibt es noch mehr, weil man ja immer wieder welche kaufen kann. Wo findet man dunkelblaue Power-Monde? Das ist im Forstland. Die Farbe hab ich drauf, Leute. Was bewirkt, also hoff ich mal zumindest, was bewirkt der Retro-8-Bit-Mario-Amiibo? Ich glaube, das ist, das ist wie der andere Mario, also alle Mario-Amiibos, glaub ich, machen, dass Mario, äh, unverwundbar wird? Ein Outfit auf jeden Fall nicht und es passiert auch nichts. Deswegen glaub ich, man wird kurz unverwundbar. Ist das so, Leute? Ich würd einfach ja sagen, weil es passiert nichts, ist Quatsch. Sonst, äh, sind Amibos ja total hinfällig und ein Outfit kriegt man auf jeden Fall nicht. Deswegen muss das das sein. Und es gibt irgendwie, also diese drei Amibos, die dabei waren bei Mario Odyssey, also Peach, Mario und Bowser, äh, die haben halt alle Fähigkeiten. Aber der 8-Bit-Mario, der bei Mario Maker auch dabei war, ich glaube, der ist auch, der hat die gleiche Fähigkeit. Äh, was hat Bowser vor? Er will Peach heiraten, Länder beraubt, das macht er, aber das ist nicht sein Ziel. Äh, er will Mario nerven, Leute. Wie heißen die Brudals? Also diese Hasen, das sind Topper, Harriet, Spuart, Spuart und Rango, ja, das sind die, genau. Gegen wen kämpft man zuletzt im Forstland? Oh, wie heißt dieses scheiß, dieses Ufo-Ding? Florobot? Blumenrauber? Bowser, Pikachu ist Quatsch. Mechafluri, Florobot. Ich würd Florobot, das klingt irgendwie so, das klingt so gut durchdacht. Oder Mechafluri, könnte auch sein. Kann sein. Wo schürzt die Odyssey ab? Odyssey wird mit Y hinten geschrieben. Ich scheiß drauf, Leute. Es schürzt die im Verlorenen Land ab, also dort, wo die Säure auch ist, und im Ruinland, dort, wo man gegen den Herr der Blitze kämpft. Welches Gegnerdinge kann man nicht kapern? Gumba kann man kapern, Fleisch kann man auch kapern. Reißverschuss kann man kapern, Kugelwilli kann man auch kapern. Also Fleisch kann man ja im Luncheon Kingdom, also im Schlemmerland, also man kann alles kapern. Wo trifft man das erste Mal auf Hotheads? Ah, da würde ich auch sagen Schlemmerland. Das sind ja diese kleinen, äh, diese runden Teile da, glaub ich, diese, diese Tomaten, oder was sind das? Keine Ahnung. Wie viele Münzen kostet das Skled-Outfit? Ich glaube, das war das teuerste mit, oder? Mit 9.999. Wer ist das? Das ist Kunibert von Krak, Leute. Den Namen weiß ich, hab ich mal letztens irgendwo im Wiki gelesen. Kunibert von Krak heißt der. Es wird, glaub ich, es wird, glaub ich, irgendwo in einem Gespräch mit einem Einwohner dort erwähnt, aber Kunibert von Krak, Leute, mal ganz ehrlich. Wer bringt die Odyssey kurz vor dem Bausaalen Land zum Abstürzen? Das ist der Herr der Blitze. Kurz vor dem Bausaalen, ja, man stürzt dann ja im Ruin-Kingdom ab und kämpft dann gegen den, Leute. Also, so nach meiner Logik gerade macht das alles Sinn und es sieht so aus, als wenn ich's richtig hab, aber wir werden's gleich sehen. Wir werden gleich sehen, wie's richtig ist. Wie heißt Capi's Schwester? Das ist Tiara. Wo befindet sich der letzte Multimond? Der allerletzte Multimond, das ist da natürlich auf, äh, der stockfinsteren Seite. Auswertung und 18, nein, 18 haben wir nur richtig, Leute. Äh, jetzt werden wir sehen, ihr könnt jetzt, schreibt erstmal rein, wie viel ihr richtig habt. Ich hab 18 von 20, äh, sind wir schon über den Durchschnitt, der Durchschnitt hat nämlich, äh, 15, äh, richtig so, circa. Und, äh, die Mohnen im Küstenland sind lila. Meine Fresse, wieso bin ich dann auf hellblau? Gleich die erste hab ich falsch gemacht, Leute, scheiße. So, was hab ich noch falsch? Mechaflori, wie ich's gesagt hab, ich wusste das, Leute. Hab ich auch falsch. Schreibt einfach rein, wie viel ihr, und wenn ihr mehr so ne Quiz, es gibt noch richtig geile Mario-Quiz und allgemein Nintendo-Quiz, ab und zu kann noch mal so ein Video kommen, was ich mir gedacht hab, dann, ähm, ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise gebt mal einen Daumen hoch, dann mach ich auf jeden Fall irgendwann nochmal ein Quiz. Schreibt in die Kommentare, wie ihr abgeschritten habt. Ansonsten bin ich jetzt raus mit meinem Hund, Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.